Und das Weihnachtsmännchen bringt euch jedes Jahr Geschenke? Ja! Das heißt, naja... Nein, das Weihnachtsmännchen ist nie gekommen. Und ich fürchte, es wird auch nie kommen. Wieso nicht? Also, soweit wir wissen, erscheint das Weihnachtsmännchen nur, wenn man ein bestimmtes Lied singt. Und zwar am Weihnachtsmorgen unter dem Weihnachtsbaum. Genau, es heißt zwölf Geschenke. Da kommen wilde Löwen vor, leckere Käfer, faule Früchte und lauter so'n Zeug. Ja, aber es reicht nicht nur darüber zu singen. Das muss zu sehen sein. Ein Riesenspektakel. Tiere, Früchte, Insekten. Es ist zu viel. Ich hab's versucht, aber noch nie geschafft. Es ist unmöglich. Und deshalb wird das Weihnachtsmännchen niemals kommen und mir Geschenke bringen. Ach, Kopf hoch, Timon. Banga und ich schenken dir doch jedes Jahr etwas zu Weihnachten. Ja! Ich weiß. Und es ist immer toll. Aber wenigstens einmal soll mir das Weihnachtsmännchen etwas bringen. Naja, wer weiß. Vielleicht passiert das eines Tages. Vielleicht. Na gut. Wir machen noch einen Rundgang vor Weihnachten. Banga, kommst du? Ja, klar. Bis dann, Onkel Pumbaa. Mach's gut, Onkel Timon. Mach's gut, Banga. Ja, bis dann.